Konnichiwa Anime und Game Otakus. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed Origins. Und wir sind hier auf einem, äh, weiß ich nicht, Bauernhof oder so. Und wir sollen jetzt gucken, äh, wegen dem Massaker. Ich sehe schon, hier sind Löwen. Das ist natürlich, äh, nicht so geil! Dass hier Löwen, äh, rumkrauchen. Ist jetzt die Frage, wie kommen die Löwen hierher? Aua! Mist, Vieh! Ich hasse Löwen. Ich hasse Löwen. Mann, der Abgang hier, Vieh. So, Plünder. Mal gucken. Stichwunden. Von vielen Schwertern. Die Löwen töteten diese Menschen nicht. Es sei denn, sie hatten Waffen. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die sind, äh, durch den Blutgeruch sind die angelockt worden oder so. Würde ich mal vermuten. Ach du Scheiße. Aufgespießt und gefoltert. Alter! Wofür? Information? Boah! Das ist ja übel. Okay. In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? What the fuck? Das war kein einzelner Mann. Das war ein Massaker. Oh ja. Das kann man so sagen. Das ist wirklich übel. Und jetzt geht es noch weiter nach unten. Wie komme ich jetzt weiter nach unten? Hier ist doch was drunter. Ein geheimer Keller. Meine Freunde und Retter, ich kann nicht länger mit gutem Gewissen hierbleiben. Ich fürchte, dass euch großes Unglück bringen wird, mir zu helfen. Der Lannister will mich nicht gehen lassen und ich könnte es nicht ertragen, wenn meinetwegen noch mehr Menschen sterben müssten. Ich will doch nur ein neues Leben mit einer erbaren Arbeit anfangen, in dem ich Tag über angeln kann und eine gute Frau auf meinen Knien sitzt, wenn ich heimkomme. Euer dankbarer Freund. Oh. Okay. Die Mission. Wer weiß. Müssen wir gucken, ob er es erreichen konnte. Auf jeden Fall sind eine Menge Menschen deswegen gestorben. Was natürlich nicht so geil ist. Wäre natürlich scheiße, wenn er jetzt auch tot ist, aber... Was sollen wir machen? Was ist das hier? Diebe werden hingerichtet. Ja, ein Dieb zu sein, das war auch eine schwere Straftat. Oft hat man ja auch Dieben die Hand abgehackt. Oder Hände. Je nachdem. Ist aber schon krass. Dass man für Diebstahl umgebracht wird. So, wir sind gleich da. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, da vorne ist ein Gebiet mit Gegnern. So, ich muss es erst mal finden. Ist irgendwo hier. Da. Da unten. Wir haben ihn gefunden. Mal sehen. Was uns jetzt dort unten erwartet. Ich muss erst mal sicher hier runterkommen. Nicht, dass ich jetzt hier runterspringe und wieder halb tot bin. Das ist ja auch nicht so geil. Habe ich das schon öfters geschafft. Ne? So, da ist er. Ich suche einen Gladiator, den Trakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters. Ich gab ihm mein Leben. Und nun nehme ich mir seins. Ich habe das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir. Es brachte mir nichts als Unglück. Okay. Er hat es im Meer geworfen. Ins... Ah, toll. Ins Meer. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Und anscheinend möchte er einfach nicht ablassen. Er möchte ihn töten, ne? Den Lannister. Also ich halte ihn jetzt nicht auf. Wenn er ihn umbringen will, okay. Weil in meinen hat er auch Blut an seinen Händen. Er hat ja die ganzen Leute auch umgebracht. Warum wir überhaupt diese Aufgabe für diesen Pilser machen? So, da ist das Schwert. Ja, mal gucken, ob wir gleich Besuch haben, ne? Also wenn wir zurückgehen. Zum Lannister. Und ihm das Schwert übergeben. Vielleicht ist er dann auch da. Also dieser Polymes... Messtor. Polymesstor. Das klingt wie so eine... Weiß ich nicht. Reinigungss... Äh... Spülmittel. Oh, da sind einige... Ach du Scheiße. Er steckt in Schwierigkeiten. Kann das sein? Das liegt ja auch. Wo ist mein Schwert? Hier. Du Schweinehund! Komm! Ähm. Aber ich... Ich wollte nicht töten. Ich wollte mit ihm sprechen. Oh, ich... Ja, okay. Dumm gelaufen, ne? Wirklich dumm gelaufen. Ich glaube, den hätten wir sowieso töten müssen. Alles klar bei dir? Ich glaube, er ist das wirkliche Opfer hier. Können wir reden? Hallo? Bei dem Kampf hätte selbst Sharon geweint. Danke, äh, äh... Bayek. Bayek? Der Bastard hatte keine Ehre. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Okay. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerettelten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben. Sehr schön, macht das. Eine füllige Frau. Interessant. Meint sie sehr... Nicht schlecht. Also, er ist sehr direkt. Finde ich lustig. So. Mh... Hier kommt ein neuer Herausforderer. Das ist mit Gladiatoren kämpfen. Mh... Das Nachspiel. Wer denn eine Hauptquest? Ich habe nicht mehr viele Nebenquests, ne? Also, ich habe wirklich sehr viele hier erledigt. Mir fehlen aber noch diese Felakkes hier. Diese kleinen Pissnelken. Müsste ich auch noch. Hier. Hier ist zum Beispiel einer. Halbes Horn. Der Arsch. Also, wartet mal. Ich wollte ja eine Quest hier holen. Das Nachspiel. Aya und Bai glauben die Römer, hätten sie betrogen. Sie ziehen los, um Alexanders Grab zu untersuchen und herauszufinden, was ihre Feinde planen. Okay. Dann machen wir das. Wir sprechen mit Aya. Man muss die gute Frau erst mal finden. Ähm... Ich bin viel zu weit weg. Ich muss ein Alexandria sein. Oh, da ist eine neue Aufgabe. Katzenwiege. Ich markiere das mal und mache eine Schnellreise hierher. Interessant. Ich bin sehr gespannt. Weil wir wurden ja betrogen. Von Cäsar. Kleopatra. Ne? Die haben uns nur ausgenutzt. Und der wahre Mörder lebt immer noch. Der Mörder des Sohnes von Baiek und Aya. Das ist echt krass. Der ist an der Seite von Kleopatra und Cäsar. Das ist schon ziemlich bitter. Wir haben sehr viele Aufgaben für die gemacht. Und wir wurden so eiskalt. Einfach, weiß ich nicht, hintergangen. Einfach so, als ob wir Müll wären. Und unsere Gefühle und unsere Taten, die wir gemacht haben, ein Scheißdreck wert wären. Also es wäre schon krass, wenn wir Kleopatra auch killen könnten. Ich fände das übel, aber es wäre verdient. Weil die denkt ja auch nur an sich irgendwie. Das Mistvieh. Ich finde die sehr unsympathisch hier. Und Cäsar ist sowieso ein Stück Scheiße. So, erstmal gucken. Das ist hier irgendwo unten. Wo ist denn hier unten? Achso, das sind Riesentreppen, deswegen. Blasphemie. Davon haben wir schon oft was hier im Spiel gehabt. Oh mein Gott. Blut kann nicht von einer Katze stammen. Oh nein. Neko. Neko-Chan. Ich weiß immer noch nicht, was hier passiert ist. Oh, das muss ich jetzt klären. Die armen Katzen. Ohne Scheiß. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen übel. Ich gehe der Sache auf den Grund. Oh. Blutige Fußspuren, die nach Norden führen. Katzen sind ja in Ägypten, also im alten Ägypten, sehr, sehr heilig gewesen. Deswegen. Das ist ein sehr schlimmes Verbrechen. So, erstmal gucken, wo ich hier noch Hinweise finde. Untersuchungsgebiet verlassen. Okay. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Blut kann nicht von einer Katze stammen. Hm. 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 Oh. Da ist ja jemand drin. Hallöchen. Ein römischer Soldat. Tot. Nur eine Wunde. Er ist verblutet. Darum ist da das ganze Blut. Ich verstehe. Der Römer hat die Katze angegriffen. Der Täter wollte sie beschützen. Die Spur führt nach Norden. Ich sollte ihr folgen. Die Ägypter sind schon bis aufs Blut gereizt. Ich muss den Täter finden. Ja. Es ist besser, wenn wir den finden. Okay. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Römer jetzt nicht so, ähm, wissen, dass die Katzen ihr heilig sind und einfach drauf scheißen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Blutspur endet. Der Täter muss in der Nähe sein. Na du? Wir müssen mal mit dir reden, Freundchen. Wir haben da etwas gefunden, was nicht so toll ist. Halt auch eine Menschenleiche. So, erst mal ein langer Ladebildschirm. Warum auch immer. Deine Katze ist verletzt. Es ist nicht meine. Alle Katzen gehören nur Bastet. Ich bin nur ihr Werkzeug. Beschütze sie vor dem römischen Abschaum. Du hast einen Römer ermordet, weil er Katzen tötet? Das gibt einen Aufstand in Alexandria. Bastet selbst nahm Rache durch meine Hand. Ich bin nur ihr Diener. Ich kenne jemanden, der deine Hingabe zu... schätzen wüsste. Es wäre das Beste, wenn du Bastet in ihrem Tempel im Bubastis dienst. Ich diene Bastet schon mein gesamtes Leben. Es wäre mir eine Ehre mehr für sie zu tun. Geh vor, Bruder. Wir sollten besser leise sein. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit. Der Trautmeister kommt mit. Ich kenne den Weg. Lass uns fliegen. So komme ich der Göttin schneller näher. Ah, ja. Gut, ich folge dir. Eigentlich sollte ich vorgehen, aber okay. Ich folge ihm mal. Römische Soldaten rüchten sich vor unseren kleinen süßen Kätzchen. Kannst du nicht den Mund halten? Ja, der lockt noch die römischen Soldaten zu uns und dann... Ich seh's schon. Ich seh's schon jetzt. Achtung. Ah, die Klappe. Okay, gut. Ich hab so das Gefühl... Oh nein, da sind noch dickere. Das ist ja auch... Seht euch diese Gürtelträger an! Und sie halten sich für Soldaten! Naja, toll. Es reicht. Wir sind fast durch. Warum tust du das, du voll Idiot? Willst du dem Haffn-Schwerfe, die dir anrichten kann, der Hund? Ich demonstrier es dir gerne. Guck mal, jetzt hast du die sauer gemacht. Das wollten wir doch verhindern, du blödes... So, jetzt ist er tot, oder was? Dafür kann ich jetzt nicht. Ich muss auch auf mein Leben achten. Komm hoch. Wow. Ey, was bist du denn für ein Vollpfosten? Du kannst doch nicht jetzt hier einfach so die Soldaten beleidigen. Da ist voll das Risiko. Oh, jetzt macht er wieder was, oder? Ich hab gewusst, dass der irgendwelche provozieren wird. Ich hab's echt geahnt. Ei, 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 ei. Es kommt bestimmt noch was. Römische Katzenträter! Wie wär's, wenn ich eure Götter trete? Sei still! Alter, ist einfach nicht dein Ernst! Das ist ja schon wieder tot! Ups, den wollte ich jetzt nicht treffen. Meine Fresse, komm hoch! Der kann's nicht lassen, hör doch auf, jetzt die Soldaten zu provozieren. Das bringt dir nichts. Und mir auch nicht. Geh zum Tempel der Bastet. Aber, bitte, sag der Priesterin nicht meinen Namen. Das könnte ich, Medjay. Aber überleg nur, was die Rückkehr des großen Kriegers Khalid in Alexandria bewirken könnte. Ich glaube, die Götter haben anderes mit dir vor. Wenn die Götter es so wollen, wird es so sein. Gute Reise, Medjay. Möge Bastet über dich wachen. Bitte bleib einfach in den Tempel und mach keine Scheiße. So. Meine Güte, was ist falsch mit dir? Kaufen, ähm... Nur weiter... Götter schützt den Narren. Was für ein Narren? Es ist schon wieder irgendwas... Es passiert schon wieder irgendwas, was ich jetzt nicht weiß. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade war. Alles klar. So, ich guck mal nochmal, ob hier noch irgendein Nebenquest ist. Wenn man schon dabei ist. Guck mal, hier ist auch noch was. Höhere Bildung. Stufe 21. Scheiße, das hab ich, äh... Da nicht mitbekommen. Also ich wusste nicht, dass hier noch mehr, ähm... Nebenquests kommen. Und ich war jetzt auch eine Weile nicht in Alexandria. So. Wir können's ja einfach mal einsammeln und gucken. Weil ich muss ja nicht alle Nebenaufgaben machen. Das kann ich auch privat machen. Und dann machen wir die Hauptquiz weiter. Je nachdem. Einfach mal gucken. Ich kann einfach von diesem Spiel nicht, äh... Weiß ich nicht. Ich kann das Spiel einfach nicht loslassen. Hier gibt's so viele Sachen, die ich euch zeigen möchte. Die ich mit euch machen möchte. Das ist einfach richtig krass. Oh. Gebt den Weg frei! Klappe! Klappe! Oh. Ich würde so gern wissen, was die immer sagen. Bewegung! Los! Ich finde es schade, dass man keine Ahnung hat, was sie da in Wirklichkeit quatschen. Ist vielleicht auch Absicht oder ist erfundene Sprache oder ich hab keine Ahnung. Weil es ist ja halt altägyptisch. Ist ja eine ausgestorbene Sprache. Schade, dass wir mit dem Pferd nicht jetzt hier so sprinten können. Das wäre etwas besser. Sodass man selber sein Tempo bestimmt. So, wir sind da. Das ist hier irgendwie am Hafen. Ach, du bist es. Das ist mein Leben, Magi. Diese Wachen gehen zu weit. Da sind alle meine Notizen drauf. Und sie warfen sie einfach auf ein Boot. Ich werde mir das mal ansehen. Und ich werde dein Opfer finden, Mütterchen. Mütterchen. Ich finde das ein bisschen beleidigend. Krass. Okay. Die Aufgabe würde ich dann einfach im nächsten Part machen, weil es ja gleich hier ist. Und den Burschen kennen wir ja mit seiner Mutter. Haben wir ja schon mal eine Aufgabe gemacht. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das auch aufgenommen habe oder privat gemacht habe. Das weiß ich jetzt nicht. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.